Einen guten Musik-Server bauen ist nicht einfach. Viele Hersteller haben sich damit schwer zu tun. A-Render fällt auch positiv auf. Beim AC setzt die audiophile Firma ganz auf die zwei wichtigsten Funktionen. Musik speichern und Musik abspielen. Gespeichert wird die Musik über das Netzwerk auf die interne Harddisk vom AC oder auf einer NAS. Die Bibliothek ordnet dann die ganze Sammlung, egal wo die Daten liegen. Sogar Songs von Streamingdienstes wie Tidal oder Radiostationen können in der gleichen Playlist gespeichert werden wie lokale Dateien. Direkt auf dem AC CD-Srippe ist aber nicht möglich. Die Wiedergabfer Musik läuft nicht direkt auf den Harddisk, sondern wird zuerst auf den internen SSC-Disk zwischengespeichert. So geht es nicht nur schneller, es entstehen auch weniger Störgeräusche. Integriert ist auch ein sehr guter Digital-Analog-Wandler. Schön ist die Pegelanzeige vorne auf dem Gerät. Gesteuert wird der AC am besten mit der Orande Tablet App. Die ist gut gemacht und ist trotz vieler Funktionen einfach zu bedienen. Eigene Musik, Tidal, Internetradio, alles kommt wie aus einem Guss. Das grosse Albumchor auf dem Tablet Bildschirm macht ausserdem auch gute Falle. Der AC hat kein WiFi und wird direkt über das Kabel mit dem Netzwerk und somit mit einer allfälligen Nase verbunden. Das Einrichten geht ganz einfach und schnell. Das Material und Verarbeitung, wie auch das ganze Inneren, haben das Prädikat High End definitiv verdient. Die ganze Hard- und Software ist von der Firma selbst entwickelt worden. Zwar kostet der Render AC fast 6'000 Franken ohne Hard-Disk, dafür kriegt man einen extrem guten Klang und ein Durchdenkssystem ohne Kompromisse. Das ist ein correctionses Anfragen im Internet. Das ist ja auch den Ausgleichen. So, wie auch schon war es? Bis zum nächsten Mal.